Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind im Geisterhaus in Novigrad und untersuchen hier etwas, was uns vielleicht Aufschluss geben wird darüber, wie wir, ähm, jetzt habe ich bei der Triss gesagt, wie wir Ciri finden. Eine Lumpenpuppe. Hm, da liegt noch was. Eine Zeichnung eines Kinderbets. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Eine Lumpenpuppe und Papier, auf das Hashtag ein Kinderbett gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Okay, warte mal, ich hoffe mal ganz kurz, wenn wir die Bomben wechseln. Ich glaube, die könnten wir eventuell bald wieder brauchen. Jetzt nicht unbedingt hier, aber generell mal. Dass ich die immer gleich zur Hand habe und nicht immer so viel rumschalten muss. Und sterb. Schade, dass ich auch nur zwei Granaten tragen kann. Im ersten Stock stand eine Wege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Ja, ich glaube, das finden wir am besten raus, indem wir das tun. Okay, was war das denn jetzt? Wow. Da ist die Wiege. Sie sieht aber schon recht wollüstern aus, wie sie da rumliegt, die liebe Corinne, oder? So ein ganz, ganz kleines, knappes Hemdchen und so weiter. Ich hab dich genau gehört, Kind. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen. Ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Hm, Geralt ist ein richtiger Rätselfreund, das merkt man schon, ne? Keller. Wacht da. Wow. Au. Warum kostet das so viel Lebensenergie, sag mal? Habe ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ja, ist das dufter. Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich hab ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher? Hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir. Du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also hab ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Die sind ein bisschen störrisch, ne? Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte. Lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Oh, ich mag Göttlinge. Die sind super. Wie so kleine verspielte Kinder einfach. Die meinen es nicht böse. Die meinen es eigentlich nur gut. Also, zumindest das, was ich jetzt mitgekriegt hab. Ich hab ehrlich gesagt vorher noch nichts von Göttlingen gehört. Vor diesem Spiel. So, Corinne. Zieh dir mal was an. Ah, nee. Zieh dir mal nichts an. Das ist okay so. Ei, ei, ei. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter. Grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Na, okay. Das mache ich doch gerne. Ach ja. Diese kleinen Wichte. Die sind lustig. Ich finde sie lustig. So, dann muss ich dem Bankier mal eine unführende Geschichte erzählen über den Quattling. Ich sag Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe? Naja, ich lande schon nicht im armen Haus. Seht ihr? So schlimm ist es nicht. Der wird es überleben, der Kerl. Der hat wahrscheinlich genug. Und Sarah hat ein neues Haus. Einfach mal so. Seht ihr mal, auch als Hausbesetzer kann man hier was erreichen. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen rasten, weil ich möchte ungern hier bei dem Wetter rumlaufen. Es ist zwar cool und alles, aber man sieht so wenig. So ist doch viel schöner, oder? So ohne Regen. Ach ja. Es ist alles mal ein bisschen Wolken verhangen, aber ich glaube, es wird ein schöner Tag. Was willst du? Kein Wort verstanden. So, ihr lieben Leute. Ihr seid aber schon ganz schön früh auf dem Markt. Was ist da denn los? Warum sind die drei rot? Was hast du denn da? Ich finde es ein bisschen bedenklich, dass die eben ihre Schwerter gezogen haben, als ich um die Ecke kam. Nur mal so. So, den kann ich verkaufen, den Gambeson. Wahrscheinlich geht es gleich rund und die wollen mir den Kopf abhacken. Aber ich glaube, das mache ich mal bei denen, oder? Was haltet ihr davon? Warum kann ich die Waffen nicht verkaufen? Sind die zu schlecht, oder was? Ich würde auch nie mit einer Axt kämpfen. Nur mal so. Warum sollte ich mit einer Axt kämpfen? Ich bin ein Witcher. Ein Hexer. Der Hexer. Ne. Angriffskraft. Das geht nur bei Schwertern. Aber Geld ist mir jetzt erst mal lieber. Ganz viel Geld. So, seht mal. Da habe ich schon... Oha. 11.400 Kronen. Aber noch was? Und ich habe 666 Erfahrungspunkte. Das ist auch lustig. Na komm. Bis dann. Oh, ist das Level 1-er-Wandil. Habe ich mir was gesagt? Vom Kopf abhauen. Was war das jetzt bitte? Level 1-er-Wandil. Sag mal. Das habt ihr jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint, oder? Als hätte ich Schiss, dass mir jemand hier was antut in Novigrad. Da rein? Ne, das sieht nicht so aus. An der anderen Seite höchstwahrscheinlich. Was sind das für Geräusche? Rrrr. Rrrr. Oh. Oh. Macht aber Platz. Was für eine andere. Ja, was für eine andere. Ach Nidus, da ist er ja. Moin. Geralt, Hexer und Perlenjäger. Hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Ja, wisst ihr noch? Das ist der Typ, den haben wir hier getroffen und dann aufs Gellige wieder gesehen. Und dann haben wir ihm eine Perle besorgt und die hat er seiner Frau gegeben. Ist das nicht nett? Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Tut mir leid. Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Oh, schade. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ich wollte... Ich wollte mit dem Reden. Gehe ich halt von der Seite ran. Was darf's denn sein? Hast du Quintkarten? Was gibt's denn? Kriegen die irgendwann wieder Quintkarten nachgeliefert? Leider nicht so, wie's aussieht, ne? Kann ich die Zeichnung verkaufen? Ich verkaufe dir mal den Alkohol. Hier, brauchst du Alk? Bitteschön. Wie ich einfach mal mit ganz vielen Gläsern Bier rumlaufe. Ist schon ulkig, ne? Himbeer- Himbeer- Äh, jetzt kaufst du mir auch alles nicht ab. Ja, fantastisch. Wiedersehen. Ja, tschüss, ne? So, wir gucken mal ganz kurz bei Alchemie, weil es kann sein, dass ich schon was Neues bauen kann. Oh, ein Gabelschwanz-Absud zum Beispiel. Was bringt der eigentlich? Äh, hier wird ein Bonus, der die Kraft des nächsten Angriffs oder die Intensität des nächsten Zeichens erhöht. Ah, ja. Warum kann ich das eigentlich noch nicht, das Wasser-Vibe-Absud? Von denen hab ich schon ein paar erledigt. Oh, blaues Muttergen. Vielleicht auch ein großes mittlerweile. Äther. Was bringt denn das? Alchemistische Zubereitung. Warte mal, warte mal. Ich soll mir noch ein paar weiße Möwe machen. Dafür brauch ich, äh, Alraunlikör und Kirschlikör. Alraunlikör und Kirschlikör. Hast du sowas? Ich glaub nicht, dass er Alraunlikör hat. Sowas krieg ich doch bestimmt bei Keira oder beim Weideler. Was gibt's? So, du hast hundertprozentig... Wer hat Alraunlikör? Boah, kostet das viel, ne? Ach, du Elend. Wiedersehen. Das kostet echt ne ganze Menge. So, was müssen wir erstmal machen? Ich da noch was Neues bei den Bomben. Vielleicht ne verbesserte Version? Auch nicht. Ach man. Das ist ja doof. Okay. Gehen wir mal hoch ins Zimmer. Ich kann mir schon denken, dass das jetzt irgendwie auf Pimperei rausläuft, oder? Was, was, was? Irgendwas mit Trinken und Stinken, oder was war das? Oh, oh, oh. Ganz viel Kram wieder. Da freu ich mich doch. Hallo. Oh, hier ist aber ganz viel genebelt, du. Ah, ist das ein Lager? Ja, meine Hübsche. Ja, meine Hübsche. Ich muss mal ganz kurz was nehmen. Ich nehm nochmal so eins, zwei, drei tausend Sachen mit, ja? Ist okay. Das ist so heftig, was man hier alles mitnehmen kann. Und es liegt einfach nichts. Ist ja noch mehr. Und da geht's nochmal... Oh Gott. Oh Gott. Welcher... Da, 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 da. Komm, pfeift drauf. Ich will jetzt mit der Guten reden. Mit Corinne. Das ist ja nicht die Sammelsimulation hier. Oh. Obwohl, das werde ich mir jetzt mitnehmen noch. Na. Wow. So, oh. Oh, Lepppfeil. Ei, 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 wie sie schon da sitzt, ne? Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen. Du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabel. Wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Weise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilonwald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Driaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Die beiden waren sich direkt sympathisch. Das weiß ich noch. Geralt hat sie immer Rotznase genannt. Und sie war so ein bisschen frech zu ihm. Aber... Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Man merkte gleich, dass die beiden sich mögen. Ich fand das schön im Buch. Die Stelle im Brokilon. Es war ein Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber... Diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Jennifer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Das war nach ihrer Ausbildung in Kermorhen. Nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte. Auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt, als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciri's Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falka? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja. Da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Hm. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Ritterspawn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Sag mal, strick die jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen. Und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Siris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geernt. So habe ich das gehört. Warum wundert mich das nicht? Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Ich finde es klasse. Rittersporn und Bordelle. Das ist wie Geralt und Monster. Ach ja. Rittersporn hat auf jeden Fall eine Wirkung auf Frauen. Ihr seht ja, der Typ, der ist wahrscheinlich schon Mitte 30, aber sieht aus wie so ein Mittzwanziger oder Endzwanziger. Also er hat sich gut gehalten, will ich sagen. Oh, es ist ja schon wieder Abend, sag mal. Nee, es ist frühmorgens. Hi. Was, was, was? Komm, rennt die weg. Habe ich die Waffe gezogen oder was? Nö. Das habe ich schon gehört. Da gibt es so einen Bug, dass die Leute denken, man hat die Waffe gezogen, aber hat man nicht. Also nachts gefällt mir Novi gerade auch sehr gut, muss ich sagen. Es hat sehr schöne Beleuchtung. Hallo. Habe ich einen Witz gemacht, oder? Suchst du was Besonderes? Äh, ja. Vielleicht. Na gut, dann wollen wir mal sehen, wo wir hier lang müssen. Das Thymian. Aha, das Tor, das hier reichen. Hey, da kann ich gleich nochmal tauchen gehen. Wisst ihr was? Das machen wir schnell noch. Wir gehen nochmal hier tauchen. Und gucken ganz kurz, was wir da finden. Aha, auf dir drauf. Das ist überhaupt... Oh. Warum retten die alle weg von mir? Beziehungsweise, wann macht ihr da solche Kas... Wann macht ihr da solche Kasbereien? Hast du ein Problem? Noch ein Problem. Ich bin ins Gesicht. Na? Das kriegst du nur mit der Armbrust. Na? Lass, jetzt reicht's mir mit euch. Na, komm. Hier spricht Flüche. Klapp! Dann macht der Hexer schlafen! Was macht der Hexer? Der hackt ja den Arm ab, meinst du? Meine Güte. Hier sind aber auch ein paar Luschen. Da wollen sie mich hier provozieren, dann... Hoppala. Die Götter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Radovit, der Arsch. Radovit von Redanien. Der Fünfte. Oh, Vorsicht's. So, gehen wir noch ein bisschen planschen, hm? Mal sehen, was der Schatz hergibt. Das ist da. Nächste links, dann geradeaus und rechts aus dem Tor. Hi. Na? Ja, ich weiß nicht. Ihr seid mir ein bisschen zu schäbig. Nichts für ungut, meine Damen. Aber ich besuche dann lieber ein Bordell. Da sind die Mädels wenigstens gewaschen. Weiß man ja nicht. Aber das ist so allgemein... Ähm. Das ist der Rittersporn-Fragen. Da hat den Bordellführer Novigrad 2000 geschrieben. Okay, was haben wir hier? 13 noch was? Ach, keine Ahnung. Hallo? Wer? So, ein Schmuggler versteckt direkt vom Graben oder im Graben vor der Stadt. Also wer sowas macht, ich weiß ja nicht. Hat bestimmt nicht gut nachgedacht. Aha. Eine Arzt... Oh, guck mal, ganz viele Klamotten hier für mich. Ist ja nett. Gucken wir uns gleich mal an. Aber Leute, ich würde sagen, für den Part reicht es auch mal wieder. Ich knaps mal ein paar Sekündchen ab. Oh, ist das schön. Guck mal. So langsam geht die Sonne auf. Und es ist jetzt 3 Uhr morgens. Das ist doch stockdunkel. Guck mal, da hinten sieht man schon die Sonne. Schön. Naja, liebe Leute, ich danke fürs Feedback. Danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ich kann euch nächstes Mal auch wieder begrüßen, wenn es heißt The Witcher 3 Wild Hunt.